und wir sollen euch dabei helfen genau ich versuche die zutaten aufzutreiben kommt jemand mit und hilft mir beim suchen währenddessen könnte ich hilfe gebrauchen um mehr über die anwendung herauszufinden seid ihr dabei immer gut ich habe auch zeit danke sicherlich könnten wir sowohl jill als auch da ja bei den nachforschungen assistieren entscheidet also selbst wer von beiden euch begleiten soll clive schon wieder so ein müll so wenn wir mal gucken noch mal ganz kurz das nummer 10 habe ich hochgeladen 11 12 13 von letzten wochenende haben wir noch offen und clive habt ihr euch entschieden wer begleitet euch bei eurer suche ja natürlich in ordnung also was sollen wir finden ich habe bereits eine liste vorbereitet hier die richtige liste die sachen klingen alle so genießbar ich hätte gedacht die zutaten wären ausgefallen auch wenn sie alltäglich klingen mögen besitzen diese dinge längst vergessene kräfte einst war die nachfrage nach ihnen groß und zwar so groß dass sie beinahe ausgerottet wurden weshalb montau in vergessenheit geriet versucht es auf dem markt in nordstedt mittlerweile sind die zutaten wieder weit verbreitet also ich wollte dort ohnehin etwas kaufen ich gehe schon mal vor treffen wir uns da ist gut bis dann gut genießt die zweisamkeit war da leichter war da leichter genießt die zweisamkeit kann es sei dass sie ein bisschen eifersüchtig war es klang komisch aber gel ist meine jugendfreundin also tal ja wo ist jill mäuschen wo bist du denn es gibt gerüchte dass die flucht vom kristalltor schon das schloss erreicht hat schon was schönes gefunden ich sehe mich nur um aber was wir besorgen sollen dürfte hier zu finden sein die liste auf jeder sucht ein paar zutaten ist gut welche soll ich holen kümmere du dich darum die pepio nüsse und um den knoblauch ich übernehme den rest und dann treffen wir uns später am tor also du kümmerst dich um die eier bei mir musst du nicht in den sauren apfel beißt alles schlacht frisch kauft so langs noch viel haben wir nicht aber sie ruhig selbst so bitte hoffentlich bist du zufrieden ja ist doch gut so pepio nüsse was aber dann hier sonst noch kaufen verkaufen oder verschwinden verstanden und auch so weit ist gucken wir mal ich meine dass die händler so undankbar sind wir haben sie gerade lehrgekauft na klar ach jill mäuschen die ist schon süß jetzt muss hapokrates aus all dem nur noch das wundermittel braun das mit schiff davor bewahrt feuer zu fangen gehen wir noch ein paar schritte wo wir schon mal hier sind aha aha danke für den kleinen ausflug heute mal was anderes das stimmt es ist schön ausnahmsweise mal nicht kämpfen zu müssen mit dir hier zu sein erinnert mich an unsere kindheit damals auf der marktstraße in rosalie wie viel spaß wir dort immer hatten ganz schwieriges thema ah der hundi sobald er würstchen gerochen hat ist er ausgerissen und wir hinterher quer durch die stände jetzt könnten wir dich nicht mehr einholen nicht wahr ja auch etwas für dich selbst hier kaufen wollte ich ja mehr oder weniger molly aus der küche meinte dass es hier einen stand mit köstlichen küchlein gibt ich dachte wir könnten uns eins teilen essen klingt gut ist die süß und ich habe brot gekauft große weiße leibe wie es beim bäcker in rosalie gab was sagst du ich dachte wir könnten etwas suppe dazu essen aber dann habe ich vom schinken gekostet den der fleischer hier verkauft alles in ordnung sicher weißt du es stimmt ich fühle mich hier auch wieder wie damals als kind oh sie ist drauf eingegangen oh ok komm schon ist es falsch das so zu genießen nein warum geh doch mal richtig ran da jetzt junge wenn wir es geschafft haben wenn wir endlich frei sind ein schritt nach vorne und oh du bist schwach du bist er hat es probiert die hand ich habe die hand schon gesehen ach komm schon gleich das ist die chance jetzt oder ähnliche jungfrau wir sollten langsam aufbrechen ich bringe die zutaten gleich zu hapokrates und thaya sie haben uns im versteck die wacht mach ich du auch friendzone haha cockblock wenn die nachher nicht zusammen sind dann weiß ich es auch nicht ja das sehe ich genauso obwohl er ist gefrenzoned äh ich hätte ich hätte versucht äh okay entweder kriegst du jetzt eine geklatscht und verkackst sie auf ewig oder du weißt wie er vorankommt sprich oder äh du weißt nie was abgeht äh ich hätte es probiert ich hätte einfach mal ich hätte mir einfach mal Eier in der Hose wachsen lassen ob das mit der Taja auch so gelaufen wäre wie geht es mit der Recherche voran hapokrates gut sehr gut sogar vielen Dank dass ihr dafür den Einkauf erledigt habt ich habe thaya schon alles erklärt alles weitere überlassen wir am besten ihr die Zutaten haben wir ja nun bleibt nur noch das braun das übernehme ich beim herstellen mysteriöser Gebräue macht mir keiner was vor das glaube ich dir gerne alles klar du Gewitterhexe und was ist mit den Schilden selbst sind schon in Arbeit Bardolph und Obolus kümmern sich darum sie meinten es dauert nicht mehr lang danke euch allen gern geschehen Jill kommst du mit mir in die Krankenstube eine helfende Hand kann sicher nicht schaden das hört sich so falsch an die Jill hilft der Taja jetzt beim Fingern da kann die besser braun ach und Clive danke es war schön einfach bei dir zu sein was oh was dieser Gesichtsausdruck naja sehen wir dann vielleicht sollte jemand mit Bescheid geben das übernehme ich danke Apokrates tja zu der jungen Blondin lass ich dich alter notgeiler Sack nicht da geh ich lieber selbst hin wir haben einiges an Punkten ne müssen mal gucken ob ich da noch was machen kann dann sollte ich mit wohl Bescheid geben Limitrausch ja meister ich mal dann ist der auch fertig das kann der Phönix uns denn noch beibringen phönixflug ja komm das haben wir gemeistert warum nicht Lorschwinge brauchen wir nicht Feuerwirbel eigentlich auch nicht aber die Lebensflamme würde ich gerne meistern also will ich noch mal gucken ob ich noch irgendwas beim Schmied verbessern kann immer danke ich weiß ich bedanke mich nicht oft aber ich meine es ernst und außerdem toi 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 ja Rasselbande pipapo sag doch gleich dass du was kaufen willst oh was ist denn diese Sternchen Kampfgeist aber dafür 10 mehr Damage einen besseren Preis bekommst du nirgendwo finde ich tatsächlich gar nicht mal so schlecht Jäger Hüfttuch ja aber dafür ist es noch nicht verbessert ich hoffe du hast es passend tatsächlich 64 ne da bin ich mit dem Mitril Armband eigentlich ganz gut ganz guter Dinge was ist das schon ja jetzt roll doch mal nicht rum ey wie das schwärzt sieht cool aus Clive Clive willst du was schmieden hmm plus 10 Kampfgeist tatsächlich Felskeil nicht schlecht wenn ich das so sagen darf verstärken kannst mir später danken auf jeden Fall Legearm binden Diamantarmreife herstellen warte mal ja ich hab keine Diamantarmreife okay äh tatsächlich ja ich will nochmal nach meinem Schwert gucken Diamantschwert weißwilbernknochen Warte mal Diamantschwert oh das wäre ganz cool aber es sieht ganz gut aus klar ach warte mal mit mit da muss ich außen rum wenn die nachher nicht zusammen sind dann weiß ich auch nicht ja spricht alles dafür aber auf der anderen Seite wenn wir Final Fantasy 7 zusammengespielt äh durch weitergespielt hätten wo eigentlich auch noch ein paar lustige Sachen kommen ähm müsste man dass äh Final Fantasy da gerne Scheiß baut also ich weiß halt nicht ob du und Juna euch an Final Fantasy 7 ergötzt oder ob euch das Spiel gefällt oder nicht dann würde ich euch da ein bisschen spoilern dafür kann ich dir sagen dass die Schilde in Arbeit sind ihr habt was gefunden? in gewisser Weise ja Apokrates wusste von einer hitzebeständigen Substanz die sollte den Schutz liefern den das Schiff braucht der Schild wird jetzt unter seiner Aufsicht konstruiert und getestet perfekt ich wusste du schaffst das aber nicht doch ich war nur der Laufbursche also dann mal sehen wie wir den ganzen Kram zusammengeschraubt kriegen auf zum blühenden Amboss warum Kai nichts mehr gehört die können sich eigentlich auch mal bei mir melden bis jetzt ist es immer so dass ich derjenige bin der sich bei den Leuten immer meldet ich schmiede Schwerter und Schilde nicht irgendwelche Wärme was auch immer das war Verschubaggregate sag ich doch so oder so hier baue ich den Kram nicht zusammen hier steht genug Zeug rum Aufrüstkit 3-9111 ich übernehme hier den Rechner ich übernehme hier den Rechner schon dabei 150 Euro boah es gibt gar also wenn man jetzt nicht das Neueste vom Neuesten an Rechner holt nee AMD nicht am 4 da kann man bestimmt durchaus was holen die ATX Mainboard dann i3 9100F ja da kann er schon eine 2060 mit speisen ob das für 160 hätte ich auch kein Problem damit äh Entschuldigung ja komm schon das heißt also keine Sorge den Prototypen haben wir abgehakt den Rest bauen meine Jungs in Canva die werden sich freuen die 15400F wenn noch mehr Arbeit ansteht macht sie gefällig selbst das wäre auch nicht schlecht entweder Quad-Core gebraucht privat 400 Euro von 7400F i7 ich weiß nicht ach mit was denn los er hat aber schön langsblondes Haar ich denke nur an die Zukunft an den Tag an dem die Enterprise endlich dem Horizont entgegen segelt auf der Suche nach einem Land ohne Fäule das war unser Plan für sie damit wir dann wenn ihr alles den Bach runter geht und die Kontinente komplett schwarz werden vielleicht doch eine Chance haben das war unsere Vision unser letztes Ass im Ärmel sollte sie sein aber jetzt wo sie fast fertig ist merke ich dass ich mehr für sie will sie soll kein Rettungsboot sein an das wir uns klammern weil wir keine Wahl haben ich will die Leute sollen nicht auf ihr segeln weil sie müssen sondern weil sie es wollen in einer Welt in der wir nicht nur überleben sondern unsere Leben leben ich arbeite daran ich will nämlich auch dass dein Wunsch wahr wird das dachte ich mir fast pass auf ich weiß was ich mache sicher sobald die Enterprise seetauglich ist mache ich dich zum Kapitän du wirst das Richtige mit ihr tun bist du dir da ganz sicher irgendwas sagt mir dass Papst das so gewollt hätte er wäre stolz auf dich warum war die Stimme jetzt so laut du gehst jetzt zu seinem Grab oder das wollte ich und jetzt wo dein Projekt fertig ist kannst du sicher auch mit klar ich muss nur eine kleine Sache erledigen bin gleich da also gut ich sag Otto dass du mitkommst wir warten in der Messe auf dich so IQ was sagst du denn ja Batterie ist noch in Ordnung gut ich hab keine Ahnung wo es sie mir egal ich hab keine Ahnung wo man das sieht immer Unkraut vergeht nicht damit das halbe versteckt durch die Lande zu scheuchen ich schwöre dieses Mädchen tut alles um den Besuchern Papas Grab zu entgehen kommt sie jetzt wenigstens mit ich denke schon da ist wohl noch eine letzte Sache die sie erledigen muss aber sicher ist sie bald hier hat sie gesagt wortwörtlich ja hat sie Clive wohnst du eigentlich auf dem Mond sie muss nichts erledigen wahrscheinlich ist inzwischen schon halb in Canva ach Mild vielleicht erwische ich sie noch oh die Gute ist doch schon längst los Obelus hast du mitgesehen jep in einem Boot ist in die Richtung dann bin ich zu spät wieso haben es denn heute alle so eilig ich hab ihr angeboten sie rüber zu fahren aber sie war sofort weg hat ein Boot gemietet und ist davon gerudert wie von der Hummel gestochen eieieiei hat ganz schön Energie die Kleine ja gut dass du hier auftauchst ich wollte sowieso grad hoch zu dir ich hab hier ein Schreiben für dich kam per Kurier von deinem Onkel und der meinte ich soll's dir nicht nur persönlich übergeben sondern auch noch unverzüglich ist hiermit erledigt danke Obelus keine Ursache was gibt's neues Onkel mein lieber Junge meine Reise nach Canva war ein voller Erfolg der Freund den ich erwähnte hat sich hat sich bereit erklärt nicht nur seinen Gilbeutel für uns zu öffnen sondern auch sein beträchtliches Wissen über die Vorgänge in der Stadt mit uns zu teilen dadurch ich auch von den Bemühungen einer gewissen jungen Freundin von dir erfahren habe ich persönlich hege keine Zweifel dass Fräulein Telamos Vorhaben ein edles ist doch ich gehe davon aus dass die kanverische Gilde die unerlaubte Benutzung ihrer Werften nicht gutheißen wird egal ob diese verlassen sind oder nicht und wenn die Gerüchte bereits mein Freund erreicht haben wird es wahrscheinlich auch nicht mehr lange dauern bis ihr die Gildenmeister auf den Leib rücken deswegen schicke ich dir diese Nachricht ich hatte gehofft deinen Meisterspäer Gath für ein zwei Monate auszuleihen damit er hier die Augen für uns offen hält und uns vor eventuellen Angriffen warnt ich bin sicher dass er die Vorteile des Arrangements erkennt Probleme in Canva na gut so kann Gath mit im Auge behalten soll heißen mit hat uns die Drecksarbeit machen lassen und ist dann entspannt in den Feierabend gesegelt seht da ganz so aus tja und was lernen wir jetzt daraus wenn du das nächste Mal Sid besuchen willst dann kette sie besser irgendwo an bevor du ihr davon erzählst kommt seid nicht so streng mit ihr gibts zu auch Knochenarbeit kann Spaß machen alle packen an Erfolgserlebnisse und so so ist doch auch die Bude entstanden hast recht was siehst du können wir dann so langsam los zu Sid ich würde lieber früher als später in Canva aufschlagen ich kann ja Lord Rossfield von den sieben hohen Häusern schlecht warten lassen oder nicht nachdem er mich persönlich angefragt hat Gath und ich gehen dann sieh du hier nach dem Rechten ihr könnt auf mich zählen aber richte Sid und den anderen meine Grüße aus ja nach übrigens Jill wollte auch mit hat wohl noch was zu erledigen wollte aber nachkommen das habe ich irgendwo schon mal gehört ja das Spiel zwingt uns jetzt da hin zu kommen zu erledigen zu erledigen Ach, Sid. Ugo Kupka ist sturt. Sein Schatten liegt nicht länger über uns. Ich wünschte, der Phönix hätte an dem Tag bei uns sein können. Er hätte vielleicht doch noch alles zum Guten gewendet. Nicht mal der Phönix kann Tote zurückbringen. Leben hat einen Anfang und ein Ende. Daher müssen wir jeden Moment auskosten. Doch nicht als Sklaven der Kristalle. Als freie Menschen. Habt ihr gewartet? Charon. Schön, dich zu sehen. Ich dachte, ich schau mal, wie es euch allen so geht, bevor ich die Vorräte aufstocken gehe. Ach, die alte Oma. Ach. Es war auch schon damals nicht die schönste Gegend. Es war aber nie so schlimm wie jetzt. Leider. Nichts hält die Pfeile auf. Nicht lange. Und es wird überall so aussehen wie hier. Unsere Mission bleibt unverändert. Wir kämpfen, bis alle Mutterkristalle zerstört sind und ihr Durst nach Älter mit ihnen. Der Letzte, der entstürmt, verbleibt, ist Drachenschweif im Kristalldominium. Unser nächstes Ziel. Auf nach dich, Hasia. Ist ja neuerdings die Hauptstadt des Kaiserreichs. Ich will gar nicht daran denken, wie viele Wachen da rumlaufen werden. Oh, die Mama platt. Wird euch zwar nicht aufhalten, aber ich werde das erstmal gut auskundschaften. Die Mama platt. Hast du recht. Ohne Probleme. Wenn ihr ins Dominium wollt, solltet ihr auch den Lulatsch dann mitnehmen. Geil. Hast du schon vergessen, dass du der meistgesuchte Mann auf beiden Kontinenten bist? Ich dachte, ihr könntet euch doch als Begleiter eines fahrenden Händlers ausgeben. Sein Vorname ist sehr verdächtig. Du wolltest dir Werkzeuge besorgen oder nicht? Das ist deine Chance. Du lässt mich gehen? Mit denen? Danke, Tante. Lass das, du Grobian. Du brichst mir noch sämtliche Knochen. Dem sein Vorname ist so ähnlich wie mein Nachname, aber extrem. Danke dir. Komm zurück. Sie gehört zur Händlergilde. Also zeigt einfach das Händlerpass vor und sie wird euch mitmachen. sich dir anzuschließen ist sicherer als den ganzen Kristallpass zu Fuß zu gehen. Das steht fest. Danke, Kara. Und, äh, schön, dass du mitkommst, Götz. Alles klar. Erst helfe ich Tante, dann treffe ich euch. Wir sehen uns unten in Bocklad. Lass los, meine armen Finger! Okay, das ist lustig. Jill, du kommst mit mir. Verstanden. Und Gav? Bin schon unterwegs, Captain. Sei vorsichtig. Bin ich doch immer. Der Clive lebt einfach das Leben. Hast du das gesehen, Sid? Dein Schützling hat sich wirklich zu einem prächtigen Geächteten gemausert. Hat einen extrem krassen Hund. Hat eine interessante Waifu. Und ihr seht, Bruder ist einfach der fucking Phönix. Wenn's brenzlig wird, verwandelt er sich einfach irgendwo hin. Und macht so nebenbei die ganzen Kristalle, äh, ganzen Reiche platt. Beziehungsweise Kristalle. Aber dieses Spiel, wie gesagt, hab ich schon mal gesagt im letzten Aufnahmevideo. Das eignet sich mit den ganzen Cutscenes eigentlich echt krass dazu. Ist halt still zu spielen. Grenzgänger. Wie geht es dir? Besser. Dank Taya. Das höre ich gern. Torgal hat auch geholfen. Auf jeden Fall. Ich kann wusste... Das hat er gemacht. Ich find's super, dass wir so viel mit dem Hund interagieren. Und dass er wirklich als vollwertiges Mitglied der Truppe zählt. Und nicht nur als Hund. Und? Endlich mal wieder, wo ich mal ordentlich spielen kann. Und nicht immer nur von A nach B rennen und Cutscenes. Das ist, äh... Warum mach ich nicht so viel Damage? Die machen einfach viel mehr Schaden als ich. Warte mal, da ist noch jemand in Not. Sollen wir's wagen? Bin wir da? Also doch so schlimm, ja? Tja. Oh ja. Da drin lauert Gefahr. Und zwar von der ganz üblen Sorte. Gibt es ein Problem? Ah, aber wie wär's mit diesem furchterregenden Krieger hier? Ob er der Aufgabe vielleicht gewachsen wäre? Wäre er garantiert? Wenn er denn gewillt ist, uns zu helfen. Die sehen ganz komisch aus. Sei gegrüßt, Freund. Mein Bruder und ich wurden beauftragt, den Wagen eines Händlers zu suchen. Du hast nicht zufälligerweise irgendwo ein herrenloses Gefährt gesehen? Welcher Händler verliert denn seinen Wagen aus den Augen? Tja. Der gute Mann dachte wohl, dass er von Goblins angegriffen wird. Und da hat er alles stehen und liegen lassen und ist abgehauen. Und wir sollen den Wagen jetzt holen. Aber er ist nirgends zu finden. Ich bin zwar kein erfahrener Kämpfer, aber das riecht mir doch verdächtig nach Banditen. Ich bin zwar kein erfahrener Reisender. Und diese Lumpen liegen garantiert noch irgendwo auf der Lauer. Da wette ich drauf. Das sind die Banditen. Wir haben zwar schon einiges erlebt, aber ich bezweifle, dass wir einen solchen Hinterhalt überstehen würden. Du dagegen siehst aus wie jemand, der mit ein paar Strauchdieben locker fertig werden würde. Was sagst du? Hilfst du uns? Ich helfe denen, damit ich den aufs Maul kriege. Äh, dass ich den... Ich glaube, das sind die Banditen. Tja, wenn ich ohnehin nicht um sie herumkomme. Man merkt sofort, da sitzt ein blitzgescheiter Kopf auf deinen breiten Schultern. Der schlandt mir viel zu viel. Ich will das wohl glücklich schätzen. Also dann. Besagter Händler hatte in Bocklad wohl große Geschäfte geplant und seinen Wagen deshalb komplett voll mit Waren gestopft. Und ich fürchte, wir kriegen den Rest unserer Bezahlung nur dann, wenn wir die Ware unversehrt an ihn zurückgeben. Also, pass auf, dass du da nicht alles kurz und klein schlägst, ja? Von mir aus. Solange ihr nicht erwartet, dass ich den Wagen danach für euch zum Markt ziehe. Nein, nein, das mit dem Wagen machen wir dann schon. Kümmer du dich einfach um die Banditen und sag uns dann, wo genau wir ihn finden. Alles andere erledigen wir. Ich finde das sehr komisch. Irgendwie merkwürdig, die beiden. Aber wenn es hier wirklich Banditen gibt, kümmere ich mich lieber um sie. Aufgewacht, Männer! Da sind Gäste euer Zuhause. Da haben wir sie ja. Wenn hier ist sie. Ja! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das wird ein Albtraum, das alles hier wegzuschaffen Na, da haben wir aber genau den richtigen Mann an Land gezogen, oder? Hat den Wagen gefunden und keinen einzigen von den Dreckskerlen entkommen lassen Da wird sich unser Händler aber freuen Und wie wollt ihr die ganzen Sachen jetzt hier wegbekommen? Das kriegen wir schon hin Wir können doch nicht von dir verlangen, auch noch unsere Kohlköpfe zu schleppen Du hast deine Aufgabe erfüllt Den Rest kannst du getrost unsere Sorge sein lassen Hier Okay War schön mit dir Und jetzt zisch ab Nicht unhöflich werden, Bruder Was, wenn wir ihn das nächste Mal wieder brauchen? Das hat mich jetzt überrascht Ich hab echt gedacht, äh Die sind irgendwie Nicht ganz sauber Bin ich ehrlich Tatsächlich, ähm Habe ich echt gedacht, dass Die, die Klang irgendwie so verschlä- Äh, so verschlägen Verloben Solange es keine starken Ist mir schon klar Trotzdem würde ich gerne mal alles in Ruhe angucken Und dann würde ich gerne mal alles in Ruhe angucken Super Warte mal Kann ich sicher noch hier lang gehen? Oder Ne, das ist nur Okay Das ist relativ einseitig Ich mach die Aufnahme noch fertig, Justin Also den Weg gehen wir noch Und dann bin ich auch langsam Werde ich Ich will heute nicht so lang machen Wie der Wolf da einfach raus Schon Bad Alter Die letzte Sünde Das ist also Samykes Das Land der Götter Es ist noch beeindruckender als ich dachte Das stimmt Vor langer, langer Zeit Wurden die Menschen von Gier übermannt Und wollten den Göttern ihre Macht entreißen Die letzte Schlacht trug sich hierzu An diesen Wasserfällen Zumindest der Legende nach Wenn es je jemand schafft Diese Tiefen auszuloten Dann erfahren wir vielleicht Ob da was dran ist Doch die Götter triumphierten über sie Und straften der Menschen Überheblichkeit Seitdem liegen auf uns Zwei Flüche Domini und Träger Ehrlich gesagt Ich fand es immer seltsam Dass Domini und ihre Esper Ein Fluch sein sollen Bei uns Erbte der Dominus den Thron Er wurde verehrt Und nicht etwa Verachtet An dieser Stelle der Geschichte Habe ich damals immer gedacht Dass ich etwas falsch verstanden hätte Du hattest viele Sagenbücher, oder? In deinem Zimmer Als wir jung waren Die alten Legenden fand ich immer am besten Epische Schlachten zwischen Gott und Mensch Vater ließ mich so viel lesen, wie ich wollte Weil es gut für meine Bildung sei Kann ich verstehen Kann ich verstehen Damals Man könnte glauben Die Legenden werden wahr Ich weiß Es ist nicht mehr weit, bis Spock lacht Ab hier wird es sicher belebter Ja, da unten sieht es doch schon Voll aus Aber schon echt ein geiler Wasserfall Was hast du denn? Nichts Es ist nichts Sieht aber nicht unbedingt natürlich aus Um ehrlich zu sein Und einer Cutt ihn die nächste Der Bericht ist also wahr, Vater Auf dem Thron sitzt jetzt Olivier Aber ja Ab nun wird Olivier Die Bürde der Neugeburt des Reichs Auf sich nehmen Wie soll er das Reich anführen? Er ist bloß ein Kind Natürlich berate ich ihn, bis er mündig ist Vater, bitte Ich bin nicht mehr der Jüngste In unserem neuen Kaiserreich Muss frisches Blut regieren Und wer wäre dafür besser geeignet Als mein Sohn Du hast zwei, du Affe Da wäre noch etwas, Dion Ich halte Dion für zu kompetent Deswegen nicht Ist tot Und Drachenfang zerstört Die Pfeiler der Republik Sind gefallen Nicht lange Und das heilige Banner Sam Brex Weht über jeder Stadt In Sturm Und dann Wallisteria Alles soll bald unterworfen werden Hm, das war eine Glückspitzer Vater Das sind die Worte eines Tyrannen Es sind die Worte einer Göttin Unsere Herrin Die ich verkörpere Große Quigors Menschenform Größenwahnsinniger Lackaffe Er hat sich von der Alten täuschen lassen Zurück zu deinen Truppen, Dion Und halte dich bereit Zeigen wir der ganzen Welt Die wahre Macht Von Sand Brex Der Kleine sitzt ja schon so ganz komisch Ihr habt euch sehr verändert Ist das wirklich ein Plan nach euren Wünschen? Oder sind es eingeflüsterte Gedanken? Von Ultima vielleicht? Was redest du da? Ich spreche für mich Und nur für mich allein Ich schulde aber Annabella Dank Deren Rat mir vieles deutlich gemacht hat Bezüglich der Natur von Ländern Von Herrschern Und auch von Göttern Ihr vertraut den Worten dieser Verräterin Sie brach ihre Treue zu Land und Ehemann Deine Dienste waren für Sandbrek stets von unschätzbarem Wert, Prinz Dion Hat der Maul Sicherlich wirst du auch deinem neuen Kaiser treu ergeben sein Das kann nicht Zurück Was fällt dir ein? Was fällt dir ein, alter Mann? Du wirst gefügig sein Renitenz ist Sünde Herr Vergibt mir Beenden wir diesen Unsinn Kommt, eure Heiligkeit Das Rowena-Syndikat erwartet euch Oh, nicht noch ein Treffen mit uralten Opas Wie langweilig Ich habe Hunger, Vater Können wir nicht lieber was essen? Schmerzt es dich, dass nicht du den Thron erben wirst? Nein Wie schmerzt es, dass jemand den Thron erben soll Dass jemand den Thron erben wird, der dafür nicht geeignet ist? Sei dankbarer, Dion Als Bastard von Bahamut erkoren zu werden ist Wunder genug Seine Flügel haben dich getragen Doch noch höher steigst du nicht Dein Blut wird diesen Thron nicht beflecken Was wisst ihr über mein Blut? Kann man dir erschießen? Einmal ins Gesicht schießen Ich mag die nicht Das ist ja auch die Mutter von Clive Angeblich Die ist komisch Ich würde aber sagen Ich beende jetzt den Stream Weil ich langsam kaputt bin Machen wir mal speichern Ich mag die Eule nicht So Ich bin ganz ehrlich So Vielen Dank.